Und da sie an die Städte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutscht, Schädelstädt, gaben sie die Messig zu trinken, mit Gallen vermischend. Und da es schmeckte, wollte er es nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllt würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilet und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich, dies ist Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergegen lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen.